Ein Kindersitz muss so straff wie möglich mit dem Fahrzeuggurt oder der Isofix-Befestigung im Auto gesichert werden. Ein Isofix-System vereinfacht die Befestigung des Sitzes im Auto. Babyschalen werden entgegen der Fahrtrichtung montiert. Eine Beförderung von Babys auf dem Beifahrersitz erfordert die Deaktivierung des Beifahrer-Airbags. Bei älteren Kindern sollte der Gurt möglichst eng am Körper anliegen und die korrekte Gurtführung muss beachtet werden, um den Schutz sicherzustellen. Eine fehlerfreie Kindersicherung im Auto ist im Ernstfall überlebenswichtig.